Ey, Alter, lebst du noch? Also, wenn du für Energie sorgst, dann bringt uns der Zug direkt bis zur Oberfläche. Echt? Wir müssen ja selbst versuchen, aber es ist verdammt weit bis runter zum Generatorraum. Und wir sind, ähm... Dinger sind da unten. Dinger. Ähm... Scheiße. Mach nix. Wir sind so gut wie voll. Sturz sollen wir jetzt mal verziehen. Uups. Was? Oh. Dinger. 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 Also, wenn du für Energie sorgst, dann bringt uns der Zug direkt bis zur Oberfläche. Ich würde es ja selbst versuchen, aber es ist verdammt weit bis runter zum Generatorraum. Und da sind denn... Dinger. 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 Paz... audiences. so was passiert Sehr gut. Oh Gott. Wo geht's da hin? Oh. Arschloch. Wow. Wow. Oh. Oh. Jetzt wird es interessant sein. Jetzt habe ich auch solche Wolfgranaten. Oh. Hm. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, du auch noch. Sag mal. Wie viel kommt denn da noch? Das ist sogar Medizin gewesen. Wie viel kommt denn da noch? Ahem. Okay, was passiert jetzt? Oh. Ähm, okay. Okay. Okay, das war nicht so clever. Okay. 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 Ach, zum Glück habe ich mir das vorhin aufgehoben. Haben wir einen kleinen Schluck getrunken So, jetzt aber Jetzt wollen wir das Ganze hier Beenden So, hier war jetzt leider nichts drin Was für mich relevant gewesen wäre Nein Die Steuerung Das ist ja eine reine Katastrophe Jedem Spiel Was ist denn das überhaupt? Achso Jedem Spiel Ist normal laufen eigentlich Ohne eine extra Taste zu drücken Hier nicht Hier rennt man Gibt's ein Dusch, oder? Weißt du, da lebt noch? Wahrscheinlich nicht Doch Das schaffe ich nicht mehr Geh lieber ohne mich weiter Dann ist Schluss Aber wie kann ich den töten? Okay Wie viel habe ich denn? Keine Ahnung Bin ich denn da vorhin noch eingelaufen? Bin ich jetzt blöd? Achso Nee, Quatsch Ich muss wieder hoch Ja, toll Wir kommen jetzt da hoch Schaff ich? Schaff ich Komm, es reicht Boah Alter Mehr Glück als verstanden Und äh Jetzt ist ein Dana Ah ja Will ich denn das schaffen? Ist das so dumm? Da muss ich den trick geben oder nicht? ist nämlich voll abgeprallt warum läuft jetzt so um das rote licht das war doch gerade noch nicht oder Komm schon, ich stehe rein.